Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf DeadDrop. Wir haben knapp 300€ aufgeladen. Wir werden jetzt ein paar schöne Skins ziehen und mit dabei ist D6. Hallo. Ich wollte schon sagen, jetzt sag ich dir nichts. Hier mal kurz eine kleine Pause. Ihr seht ja unten rechts diesen schwarzen Kasten. Da sollte eigentlich die Facecam sein. Das hat OBS aber irgendwie verkackt aufzunehmen. Deswegen seht ihr da blöderweise einen schwarzen Kasten. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und jetzt weiter mit dem Video. Wir haben hier 300$. Okay, nicht ganz. Wir haben gerade ein paar Testrolls gemacht, um die Einstellung und so weiter zu machen. Also haben wir jetzt nur noch 299$ und 40 Cent. Der Link zu der Seite ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Mit dem Code GermanGaming bekommt ihr nochmal 5% plus auf eure eingezahlten Skins oder Guthaben. Je nachdem, ob ihr jetzt mit Skins zahlt oder mit Paypal oder so weiter. Also, welche Kiste sollen wir denn mal öffnen? Ach, hier ist die Kisteninhalt. Ach, das sind die letzten Drops hier. Oh, da sind so Karrenbitknives und so drin für 750$. Das Schlechteste ist eine P90. Grimm. Medium wäre. Minimal wäre. Komm, wir machen 2 Stück auf. Hintereinander. Komm schon. Wie viel haben wir gezahlt? 8,50$, ne? Ja, das war Profit, ne? Ja, auf jeden Fall. Komm, wir haben gesagt, wir machen 2 mal auf. 8,50$. Es fehlt dir noch eine Chance. Na. Ja, fast Profit. Fast, da komm. New Year's Kiste ist scheiße. Mann, ich wollte, was machen wir jetzt auf? Hier die Grinch Case. Ich weiß nicht, die Ugly Case aufmachen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu teuer. Meine mit 69. 69? Wo ist die Ugly Case? Ja, das ist ein guter Preis. Alter, komm, wir machen die Ugly Case auf, kein Thema. Oder am Schluss, oder am Schluss. Ne, wir machen die jetzt auf. Scheiß drauf. Hä. Da ziehen wir mit dem safe Knife raus, oder? Ja. Wie viel haben wir gezahlt? 68, komm schon. Die sind ja alle hässlich, die Knives, Alter. 75, Profit. Profit? Profit. Aber das Messer sieht scheiße aus. Er ist fucked. Das sind, das sind Rascals. Alter, wer will sowas denn spielen, bitte? Die sind übel, Skull. Wer will sowas spielen? Ich will hier, ich will hier die Grinch Case aufmachen. Wieviel haben wir denn noch drauf? Wir haben noch 213 Dollar. Komm, wir machen die Grinch Case auf. Easy peasy. Was sind da drin? Ich weiß nicht, komm. Ich weiß nicht. Einfach aufmachen. Da scheint aber kein Messer drin zu sein. Oh, doch. Oh, Alter, da flog ein Messer vorbei. Und sogar Handschuhe. Oh, das tut weh, Alter. Wie viel teuer war die Kiste? 78. 78 Euro. Oder krieg ich einen 5-Dollar-Skin raus, Alter. Was zieh ich denn hier für eine Scheiße? Komm, jetzt machen wir die 20 Case Ice Storm. Jetzt zieh ich da ein Messer raus für ein paar tausend Euro. Komm schon. Yes, die Case. Ice Case, glaub ich, war's. Eine AWP für 425. Was ist das denn hier für ein Dreck? Ich zieh nur Scheiße. Wie viel haben wir noch? 105 Dollar und ich hab einfach nix Gutes gezogen. Ach doch, das eine Messer, stimmt. Mach mal ein bisschen billiger auf. Ja, komm, ich hab da... Ich such dir jetzt eine schöne raus, ey. Wir können das die Extra Rifles nehmen. Die hier für... Oder der Biest. Ja, der Biest sieht schöner aus. Die Waffe sieht schöner aus. Oh, die... Oh... Ja, da kannst du halt viel... Soll ich noch mit... Ja, es wär... Es wär was wert ab der P250. Vier Waffen sind über... Kisten wert. Also, soll ich die öffnen? The Beast? Kannst halt... Kannst halt maximal 40 Euro was machen. Okay, ja, egal. Komm, The Beast. Was wär für vierfachung? Komm, eine Kiste öffnen von... Von The Beast. Du meinst die USPSS? Mit dem Tode Shader? Wie teuer war die Kiste? 10. Ich mein, du hast es... Du hast es halbiert. Halbiert. Also... Na komm, hier. 10% Knife. Ich hatte hier so viel Pech. Da muss ich auch hier das 10% Knife aus der 8-Dollar-Kiste ziehen, oder? Komm schon, Digger. Ängste. Ja, komm schon, das muss. Das wär nix. Na, ich glaub auch nicht. Alter, nein. Hau ab mit der Scheiße. Ja, nein. Oh, Mann. 3-Cent, Digger. Leute, gambeln ist ab 18. Verspielt nicht euer Geld. Ich spende das Geld lieber... Ich kann das nicht im Premium-Case aufmachen. Ich spende das Geld lieber in meinem Livestream oder so, aber nicht hier auf der Seite. Scheiße. Oder wenn ihr wollt, mein Ref-Link ist unten in der Videobeschreibung mit dem Code germgaming. 5% mehr Guthaben. Welche Case soll ich aufmachen? Premium-Case kann das dir öffnen. Für 35, ist schon relativ feuer. Wie lau'n wir denn noch? Ich hab nur 87 Dollar, Alter. Ja, müsste schon ein bisschen billiger sein. Aber ich hab grad geguckt, ob meine Aufnahme läuft. Ich dachte schon, Gott sei Dank, ja, sie läuft. 35 Dollar hab ich noch, Mann. Ich hab nur Crap gezogen. Hier die Knife-Kiste für 60. Okay, das wär mir jetzt zu teuer, mein letztes Money da rein zu investieren, so. Knife-Kiste, wirst du denn? Der hier. Hopp-Knifes, oder was? Bei Waffen, Knife. 60 Dollar, Alter. Komm, ich mach die Premium-Kiste auf. Ich mach die Premium-Kiste auf. Wo ist die? Das kann ich mal gut überwachen, warte. Ja, warte, warte. Die Wach relativ unten. Relativ unten, okay. Ja, die Unterstelle ohne Waffe ist. 35. Komm, die machen wir auf. Da muss doch, wir müssten doch jetzt mal hier reinlacken, bitte. Komm schon. Du kannst ja schon gute Scheiße ziehen. Oh. Das könnte einfach nichts. Rip. Ich will nicht nochmal versuchen, komm. Wie viel haben wir noch? Alter, ich tuge hier alles. Wir haben ein Knife, was aber richtig hässlich ist. Warum hab ich die Ugly-Case aufgemacht? 52 Dollar. Scheiße, Mann. Dann geht das Video in 6 Minuten. Alter, ich hab nicht mal click-gebait geilen Titel. Nicht mal ein geiles Knife oder so. Komm, I'm lucky 15 Cent. Wenn ich da jetzt ein Knife rausziehe, dann hab ich einen geilen Titel. Junge, wie ist die Chance für ein Knife-Berg? Sehr gering. Echt? Es fliegt nicht mal eins vorbei. Steht da die Chance? Ja. Ja, 0,01 Prozent. Ja. 0,02 ist das billigste Knife für 60 Dollar, was drin ist. Hast halt 50 Prozent auf die Gali AR und dann noch fast 50 Prozent auf die scheiß LMG. Ja, geil. Alter, was hab ich denn hier für ein Pech heute? Ich mach hier nur Verlust. Wie viel haben wir noch? Mit deinem Glück würde ich... Mit deinem Glück würde ich in kein Gruppenspiel gehen. Nee. Wobei, du könntest in ein kleines Gruppenspiel gehen. Nee, lass mal. Nee, ich hab keinen Bock auf Gruppenspiel. Nee, lieber nicht, Alter. Ich bin... Hey, mir geht's so schlecht. Ich bin so broken jetzt. 300 Dollar weg damit, Alter. So, was machen wir denn auf in die Kiste? Wo können wir geil den Staff drin haben? Sollen wir mal ganz normale Kisten hier aufmachen? Operation Hydra. Ist da... Ist da ein Messer drin? Nee. Wahrscheinlich nicht. Da gab's aber irgendeine, da war ein Messer drin. Das war... War Wildfire. Nee, war das Sprech drin oder Wildfire? Ja, das war Wildfire. Wildfire. Und die Strahlen würde halt sehr gering sein. Wie teuer ist die? 1,50 Euro. Komm, dann machen wir einfach vier Stück auf einmal auf. Let's go. Oh, so knapp an ein Messer war bei. Profit? Oh, der ist halt, Alter. Profit, Digga. Digga, nice, Mann. Profit, Alter. War das das erste Mal Profit? Nee, das zweite Mal. Ach stimmt. Scheiß drauf. Ich mach die nochmal auf. Da wir Profit gemacht haben, nochmal für 6 Dollar. Komm schon. Gib mir jetzt ein Knife. Oh, schon wieder so knapp an Knife vorbei, Digga. Wieder Profit, Mann. Lava doch nicht, Alter. Scheiße. Ich mach die Kiste nochmal auf. Alter, die Kiste. Wenn ihr hier ein Case Opening macht, macht auf jeden Fall die Wildfire Case auf. Da gewinnt ihr. Nummer vier. Gib mir Knife. Gib mir Knife, Mann. Nein. Okay, das war ein bisschen Minus. Ja, 2 Dollar Minus. Aber die Case ist es. Ich öffne jetzt aber die andere. Da gab es doch noch irgendeine Case mit Knives drin, oder? Oder? Boah, Digga. Digga. Digga, das ist so kacke. Das ist so mies, Digga. So mies. Wie viel haben wir denn noch überhaupt? Ja, noch 34 Dollar. 34 Dollar haben wir noch. Die hauen wir jetzt noch raus, hier. 34 Dollar. War das nicht das Spektrum, wo auch Messer drin waren? Spektrum? Ne. Obwohl, das Spektrum, wie teuer ist die? 4,50 Dollar. Okay, die ist mir zu teuer. Oh. Ich dachte, die kostet jetzt auch nur 1,50 Dollar, aber nein. Ach ja, in der ist noch, in der Shadow ist noch, da sind noch Knives drin, Shadow Deggers. Wo, in der Shadow Kiste? Ja. Okay, dann machen wir auch direkt 4 Stück auf. Vielleicht haben wir da auch so ein Lack und wir lacken dann wieder schön rein und machen uns hier schöne Skins. Komm schon, Baby. 4 Stück geöffnet. Hast du das auch noch Profit? Ich dachte gerade 4 Shadow Deggers. Kurz. Richtig Verlust. Komm, das lässt sich nicht auf den Sitz. Ich mach's normal auf. Fängt gerne aus, wenn man süchtig, leider. Ja. Komm schon, Digga. Oh, die Golden Coil. Die Golden Coil. Ja, die hat sie rausgekommen. Da wir gerade Profits gemacht haben, machen wir die nochmal auf. Das Knife, das ist immer so knapp. Ich seh das immer vorbeirollen, dieses Drecksknife, Mann. Wie ist es, Shadow Deggers? Der Gass. Nee, komm, da gehen wir raus. Okay, das ist in der Lasse, Mann. Schade, Mann. Was haben wir hier? Wir haben noch 16 Dollar. Was machen wir dafür noch auf? Wir müssen doch irgendeine abschließende Kiste aufmachen. Für 16 Dollar, der Case. 16 Dollar? Ja, 16 Dollar. 16 Dollar. Haben wir hier eine 16 Dollar Kiste? Oder 15 Dollar? 10? Da kommt eine 16 Dollar Case, please. Nein, gibt's nicht. Ja, was kann man denn gut durch 16 teilen? Zwei Euro Kisten, ganz viele. 4 Euro. Fuck, ich will die 1 Lucky Kiste mal aufmachen in 4er. Vielleicht kriege ich da dann ein schönes Knife raus. Ich denke mal nicht, aber Versuch ist es wert. Die Chancen sind sehr, sehr gering. Wirklich gering. Ja, wird nichts. Wow. 4,01. 4 mal die gleiche Waffe kommen. Dann machen wir auch mal die hier, die Handschuhkiste auch. Die will ich auch mal haben. Vielleicht kriege ich Handschuhe. Komm schon. Einmal 4 Stück. 3 Euro, die kostet schon mehr, ne? Ja, aber... Nicht mal Handschuhe vorbeigeflogen, oder was? Du hast eine 0,28 Prozent Schwarz auf den Handschuh. Alter, 12 Dollar habe ich schon. Gibt es hier eine 12 Dollar Kiste? 12 Dollar gab es doch hier, oder? 12 Dollar gab es. 12 Dollar habe ich doch irgendwo gesehen, oder? Mein Schuss nicht. Dann machen wir eine 8 Dollar und eine 4 Dollar Kiste auf. Hier, 10 Prozent Knife. Da muss ich doch jetzt reinlacken, oder? Komm schon, zum Abschluss. Oh, gib mir einen Knife, bitte, bitte, bitte. Ah, ich gehe so Bruch heute. Ich gehe so richtig Bruch, die gibt mir überhaupt kein Glück hier. So, jetzt brauchen wir noch 4 Euro. 4,25 Euro, wir brauchen eine 4 Euro Kiste. Welche machen wir da auf? 4,25 Euro, das ist schlecht. Ja, 3,50 Euro ist hier eine Kiste. 3 Euro. 3,85 Euro wäre eine, mit einer A. Wo, 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 wo? Oben, Pontiac. Ja, wo? Ist eine Lightning-Spike-AWM-Bild. Ah, da, ja, 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 ja. Komm, die öffnen wir mal. Gib mir, gib es mir, gib es mir, Baby. Sogar eine menschliche Chance zu gewinnen. Oh, so knapp an der A7 auch vorbei, Digga. So knapp, Digga. Nein. Die A7 auch eine 0,5 Chance. Genau daneben. Alter, ich würde sagen, ich bin richtig hochgegangen heute. Wie viel haben wir? 6,60 Cent. Komm, da können wir nochmal 4 Stück von den 15-Cent-Kisten aufmachen. Komm, da muss jetzt ein Messer drin sein. Bitte. Ja, Leute. Ja, ja. Ich habe nur Scheiße gezogen. Richtig Scheiße. Was hatte ich hier für einen Pech, Mann? Alter, guck dir das mal an, hier, was ich hier für Scheiße habe. Ich habe aus 300 Dollar, habe ich 189 Dollar gemacht. Ich meine, du hast einen Bowie-Knife. Ja, aber das sieht scheiße aus. Das ist auch das Teuerste, was ich gezogen habe, ne? Sieht auch nicht scheiße aus. Hey, guck mal, wie runtergekommen das ist. Wenn ihr auch zu der Seite wollt, und vielleicht mehr Glück habt als ich, der Link ist unten in der Videobeschreibung, mit dem Promo-Code GermanGaming bekommt ihr 5% mehr Guthaben auf eure Aufladung. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich. Ich wünsche es euch. Gambelt erst, wenn ihr 18 seid. Gambelt nicht mit Playskins. Und, äh, ja, seid 18. Und habt mehr Glück als ich. Ich bin jetzt echt enttäuscht. Über 100 Dollar verloren. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt erstmal ne Pizza. Ciao. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.